Jugend innovativ ist Österreichs smartester Schulwettbewerb in den Kategorien Science, Engineering, ICT and Digital, Design, Entrepreneurship und Sustainability. Schon mal ein Flugzeug geparkt? Die HTL Rennweg entwickelte TAUI, ein ferngesteuertes Flugzeugschleppsystem, mit dem man Kleinflugzeuge ohne Muskelkraft und Kollisionsgefahr abschleppen kann. Eine echte Punktlandung! Die Idee ist daraus entstanden, dass das händische Rangieren dieser Flugzeuge recht viel Kraftaufwand benötigt und TAUI soll diesen Prozess vereinfachen und den alleinigen Flugbetrieb für jede Person ermöglichen.